Moin, liebe Top-Familie da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem, ja, Video passend zur Horror-Halloween-Woche, wenn man es so sehen will, denn, ähm, der oder die, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ähm, Trijulp, so ist jetzt zumindest gerade der Anfangs, aber ich gucke nochmal eben, äh, Trijulp, Trijulp, ähm, hat mir einen Link geschickt, und zwar einen Link zu dieser Tierlist hier, ähm, wo ihr auch ganz schön hier meinen Namen drin schickt, deswegen auch für euch der Hinweis, wenn ihr eine Tierlist habt, extra für mich, wo ich etwas ranken soll, dann schickt es gerne per Mail, es gibt immer bei YouTube Probleme, ihr kennt es ja auch, ähm, dass man dann ja eben nicht die Links schicken kann, deswegen sehr, sehr gerne schickt mir dann eine Mail, die Mail ist immer unten in der Beschreibung verlinkt, und dann speichere ich mir das mit eurem Namen, schreibt mir sonst dann auch immer gerne per Mail, wie ich euch ansprechen soll, äh, weil nicht, dass ich euch dann irgendwie falsch nenne, jedenfalls, ja, ähm, und es geht eben um Horror, es geht eigentlich nur darum, so zumindest laut des Kommentars von Trijulp, ähm, ähm, ich habe eine Horror-Tilistischen, wo man ranken muss, was man am, was am gruseligsten ist, hier unten sind Bilder, und ich soll die Bilder ranken, ähm, wie, wie gruselig die sind, so, jedes vielleicht so auf eine, seine eigene Weise, mit mega gruselig, gruselig, naja, meh, und gar nicht gruselig, gruselig, das werden wir ranken, aber mit einem kleinen Kniff noch mit da drin, ich hoffe, das ist für dich okay, und zwar, das ist für mich schlimmer, also ich werde nicht per se die Bilder bewerten, sondern auch so ein bisschen die Situation da mit reinnehmen, wobei wir da ja hier unten, lasst mich mal kurz gucken, ja, so drei Bilder haben, die sich ja da so ein bisschen ähneln, aber wir werden alles berücksichtigen, deswegen lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, und wie gesagt, wenn ihr auch eine Tierlist habt, etwas erstellen wollt, erstellt hier gerne was auf Tire Maker, und dann gerne mit dem Namen auch nochmal hier sonst wie oben auch, und dann schickt mir das sehr, sehr gerne per Mail. Also, wir haben hier, ich würde jetzt mal sagen, so, so Dunkelheit, Einsamkeit, Gefangen, Vampir, dann hier Skelett, würde ich jetzt mal sagen, dann haben wir hier einen Clown, hier haben wir einen Clown, hier haben wir einen Zombie, hier haben wir auch nochmal so was Skelett-Pfarao-mäßiges, weil wir hier eine Pyramide haben, hier haben wir einen Zombie, Flucht vor einem Clown, hier haben wir ein Sommer-Strandhaus, hier haben wir ein Okkultismus, ein Horrorbild, was so ein bisschen aussieht wie, finde ich so ein bisschen, ähm, so Scream-mäßig, so finde ich als Cover, und ein Jahrmarkt-Bild. Also, ist natürlich schwer zu sagen, in welcher Richtung man das jetzt sortiert. Wenn man nur die Bilder bewertet, und das ist ja so das Ding, dann muss man da ja natürlich anders rangehen, als wenn man sich in so eine Situation reindenkt. Wenn ihr euch vor ihr seid gefangen, oder irgendwie so, ist schwierig. Deswegen müssen wir natürlich mehr nach den Bildern gehen. So, was natürlich dann gar nicht gruselig ist, erstmal natürlich so per se, ist natürlich ein Sommer-Strandhaus. Auch wenn ich sowas jetzt nicht bevorzugen würde, bin ich ehrlich, aber muss man sagen, ist sowas halt eben dann gar nicht gruselig. So, ähm, jetzt ist so die Frage, mäh, naja, gruselig und mega gruselig. Wenn man das jetzt mal hier so durchgeht und man die Bilder bewertet, stechen, finde ich, zwei Bilder hervor, die natürlich gruselig sind, aber mich jetzt nicht persönlich gruseln, aber so rein vom Bild her. Und das sind die beiden Clowns-Bilder. Bedrohlicher, finde ich, wird das hier und an zweiter Stelle dann das hier. Ich finde, hier siehst du mehr so diese stechend roten Augen. Ähm, das hier, finde ich, gibt mir auch mehr so böse Clowns-Vibes, weil hier auch so rote Haare, hier eher so orangene, ähm, aber beides gibt sich da nicht viel, wenn man ehrlich ist. So, ähm, situationsmäßig, wenn man uns jetzt, wenn man sich jetzt so hier reindenkt, ähm, und auch im letzten Bild mit dem Jahrmarkt. Ich finde jetzt per se, so gefangen zu sein, Dunkelheit, erst mal von der Situation, ist gefangen schlimm, ja, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, in der Dunkelheit zu sein, deswegen, das wäre jetzt nicht so schlimm. Ähm, deswegen wäre das jetzt so für Beispiel für mich eher so ein Mäh. Ich finde nicht, es ist nicht gruselig, weil gefangen zu sein ist natürlich nicht schön, nicht schlimm wollte ich sagen, nee, nicht schön, ähm, aber das gibt mir jetzt nicht so ein Feeling, oh, das ist irgendwie furchteinflößend, gruselig oder erschreckend. Die anderen Bilder, da muss man jetzt so ein bisschen abwägen, weil da, finde ich, bei den ganzen Bildern sprechen wir nur noch über gruselig, naja und mäh, weil ich finde, an diese beiden Bilder kommt hier oben nichts mehr ran. So, auch das Bild hier mit dem Clown, wo man wegrennt. Und ja, du siehst da einen Clown, aber so rein vom Bild ist es für mich eher persönlich so ein, naja, du läufst weg in dieser Situation, ähm, apropos Weglaufen und Clown, es läuft ja aktuell auch ein Let's Play, ähm, wenn man so sehen will, ja, auf meinem Kanal, und zwar, äh, Circus of Destiny, Spiel von Reality Games. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es doch sehr gerne aus, macht sehr, sehr viel Spaß. Die zweite Episode habe ich schon komplett in dem Sinne für mich abgedreht und die Folgen kommen vor euch, deswegen schaut da doch mal sehr, sehr gerne rein. Ähm, was ich tatsächlich eher als, als Bild irgendwie so ganz, ganz nett finde, horrormäßig, ist einmal das hier mit dem Okkultismus und das Horrorbild hier. Ähm, ich finde, das hier ist eher mäh, ähm, das gibt natürlich so weniger Vibes, deswegen muss man das tauschen, weil, äh, ich finde das eigentlich so vom Look her ganz, ganz cool. Ich glaube, sowas würde ich, könnte ich mir vorstellen, als, ähm, als Profilbild zu nehmen, so auf WhatsApp. Von daher, äh, lieber Trisho LP, wenn du dieses Bild in groß hast, ich weiß ja nicht, woher du die Bilder hast, ob du die irgendwo von Google oder so her hast, aber wenn du das irgendwie erstellt hast oder so, kannst du mir das in groß zukommen lassen und mir per Mail schicken, das könnte ich mir sehr, sehr gut als WhatsApp-Hintergrund vorstellen. Ähm, welches Bild ich auch, wie gesagt, cool finde, ist das hier mit dem Okkultismus, würde ich auch hier so zu mehr packen, ähm, wenn dann ist das hier, nee, ich muss ja, warte, genau, ich muss ja so ranken, ganz am Ende, so wie eben das, das ist gar nicht gruselig, das heißt, das ist auch nicht gruselig, das auch nicht, was ist weniger gruseliger, das, dann das und dann so, ja, lass ich doch mal richtig sortiere. Ähm, so, auch mehr, würde ich sagen, ist ein Jahrmarkt, aber ein Jahrmarkt, so für mich persönlich, ich mag ja überhaupt keine Jahrmärkte, ich war das letzte Mal auf einem Jahrmarkt oder Freimarkt, da war ich 14, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen, das ist halt 14 Jahre her. So, ähm, deswegen, ähm, ich finde das vom Bild und so furchteinflößender als das, aber ich mag keine Jahrmärkte, ich würde tatsächlich es aber trotzdem so sagen. Aber wenn man das Bild bewertet, dann muss es umgekehrt sein. So, haben wir noch diese fünf Bilder hier. Und wenn man jetzt guckt, welches dieser Bilder ist furchteinflößender, dann finde ich schlicht hier einmal dieser Zombie vor, hervor, und dieser Vampir. Den hier finde ich dann, glaube ich, eher etwas gruseliger als ihn hier. Jetzt haben wir noch hier so drei Skelette und Zombies. Der hier, überhaupt nicht schlimm. Wenn man das mit einem Clown vergleicht, finde ich, ist ein Zombie weniger schlimm als ein Clown, weil, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ich finde, das ist immer so ganz, ganz krass in den USA, wenn man so gerade auch so zur Halloween-Zeit oder auch so im ganzen Jahr, wie viele da in einem Clowns-Kostüm rumlaufen. Ich weiß nicht, warum viele irgendwie so eine Obsession mit Clowns haben. Finde ich irgendwie echt krass. So, jetzt haben wir noch die beiden. Jetzt ist die Frage, welches dieser beiden finden wir furchteinflößender? Beides kommt eher in die Naja- oder Mäh-Abteilung. Was eher, finde ich, so einen größeren Schocker auslöst, ist eher das Bild hier. Jetzt muss ich das hier vergleichen. Was löst mehr einen Schocker aus? Vielleicht dann doch eher so. Das hier finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das sieht tatsächlich echt, echt schick aus irgendwie. Deswegen würde ich es so sagen. Und damit wäre ich tatsächlich dann auch ganz zufrieden. Also, das hier ist ja überhaupt nicht gruselig. Während ist jetzt Situation, wenn man jetzt mal so anders denkt von so einem Ranking, so von wegen, stell dir vor, du bist jetzt in diesem Bild drin. Was findest du dann gruselig? Dann finde ich das hier natürlich mega gruselig, weil ich Sommer und Sonne überhaupt nicht mag. So, als Beispiel. Oder auch ein Jahrmarkt, das ist ja so ganz oben. Wisst ihr, was ich meine? Und so ein Bild von so einem Clown. Dann denke ich mir so, äh, komm her und dann versuche ich mich zu verteidigen. Das wäre dann eher so schlecht. Naja, oder Mäh. So eben situationsmäßig. Aber so würde ich das dann tatsächlich, ähm, title of tier list, ähm, horror picture, pictures ranking, mache ich einfach mal. Und dann speichere ich das mal. Ist das gespeichert? Ich glaube, ähm, ja. Und dann haben wir das hier auch gemacht. Also ist auch hier relativ neu, wie gesagt. Und ich weiß noch nicht, ob das andere hier gerankt haben. Nein, haben noch nicht. Deswegen macht es sehr gerne selbst. Ich verlinke euch natürlich hier diese Tierlist unten in den Kommentaren, äh, nicht in den Kommentaren. Und in der Beschreibung. Und dann könnt ihr das ja sehr, sehr gerne mal selbst austesten. Von daher, meine Lieben, ähm, das war es hier mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Danke nochmal für das Einsenden dieser Tierlist. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist, schickt mir dann eine Mail, wenn ihr was erstellt habt, ähm, mit dem Link dazu, eurem Namen. Ähm, und dann, äh, ja. Wird dazu ein Video aufgenommen. So einfach geht's. Von daher, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ähm, lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal auf meinem Kanal wieder. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie da draußen. Zum nächsten Mal haut rein und tschüss.